Gut, dann können wir hier wahrscheinlich noch nichts machen. Dann müssen wir einfach mal ein bisschen weiter spazieren gehen. Das ging aber fix. So, Magiehandschuhe halten. Ah, mit meinem Magiehandschuh kann ich das machen. Ähm, what the fuck? Okay. Ähm, was stand denn? Ich versuche es mir nochmal durchzulesen. Ah, okay. Müssen wir also die Druckwelle nehmen. Der technische Assistent. Jupp, das war der Spock. Ich habe mir nochmal ein paar Teile angeguckt. Ähm, der Napo wird da auch so ein Highlight-Video noch draus machen. Das lade ich dann am besten auf Twitch hoch. Oh, nee. Wie die dich verarscht haben. Und vor allen Dingen, das Witzige daran war noch, ich dachte eigentlich, du wärst nüchtern die ganze Zeit. Aber irgendwie war es das ja nicht, ne? Ich weiß zwar, dass du was getrunken hast, aber dass du so getrunken warst, ich habe es erst im Nachhinein beim erneuten Anhören nochmal gemerkt. Ey, Momentchen mal. Der ist ja eigentlich super besoffen. What the fuck? Alter, größer geht es nicht, oder was? Scheiße, ist der riesig. Oh. Oh, what? Der zieht aber nicht mal viel ab. Okay. Stacheln kann er gut machen. Wow. Ich merke auch gerade, ich habe nur einen Trank. Momentchen mal. Wenn. Oh, das geht nicht. Uh. Au. Ich konnte gerade überhaupt nichts machen. Ja, echt, jetzt bin ich tot, ne? Okay, das kam alles ein bisschen unerwartet. Äh, ich hatte an sich aber auch keine Tränke hier mehr. Naja, naja, müssen wir mal gucken. Okay, den kriegen wir jetzt, glaube ich, ne? Vahre ich ihm ein bisschen das Stoffgesicht hier? Sag mal, ziehe ich ihm ehrlich so wenig ab? Nee, oder? Ich habe ihn jetzt nicht ernsthaft so wenig abgezogen. Nee, never. Wow, was ist mit dem los? Macht der jetzt, aktiviert jetzt seinen Hyperstrahl. Au. Ich bin fast tot gewesen. Dass ich ihm aber auch nirgendwo anders draufschlagen kann. Ah. Ich überlege gerade, wie komme ich denn an dem Typen vorbei, ohne dass ich mit dem kämpfen muss? Ich vermute mal eher nicht, ne? Das wird so, glaube ich, nicht möglich sein. Ach, du Kacke, ey. Ah, was ich mal versuchen könnte. Den hier zu machen. Dann gucken wir mal, wie er auf den reagiert. Nee, reagiert er anscheinend gar nicht. Nee. Okay, darauf reagiert er nicht. Bringt mir also nix. Dann habe ich nicht jetzt gerade hier... Ey. Jetzt hatte ich den falschen Trank auch noch ausgewählt. Nee, oder? Never ever. Never ever. Naja, gut. Probieren wir es nochmal. Auf geht's. Oh, fuck, ey. Ach, jetzt check ich's, glaube ich. Warum? Man muss ihn anvisiert haben. Okay, jetzt bin ich tot. Nee, doch nicht. Also, wenn der mal nicht böse gemacht ist, oder? Ah, nee, ey. Ohne Witz. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich will auch gar nicht gegen ihn kämpfen. Das Blöde ist, ich muss es jetzt sogar. Das ist ja das Krasse. Gute Taktik ist es, im Kreis zu rennen. Und ihn mit Zaubern zu beschießen. Mit Zaubern zu beschießen, ja. Du meinst jetzt mit dem Teil, ne? Ah, da hat er mich genau drin unterbrochen. Was ich hier mal gucken kann, wegen der Magie. Geschoss. Ich könnte ja mal das Geschoss probieren. Gucken, wie das funktioniert. Oh, ja, okay. Jetzt macht es das eher schlecht. Ahm. Pom, pom, pom. Ich habe eine kleine Wunderpistole. Die jemand nicht gebrauchen kann anscheinend. Nein, 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 nein. Hier, ich kann davon nicht ausweichen. Das ist nicht so wie Dark Souls. Momentchen mal. Das Ding ist besser? Seit wann habe ich denn das Teil? Also, das Schwert ist auf jeden Fall besser. Krass. Hier, es geht nicht. Wenn ich in ihn einrohe, zwischen seine Beine, wo er mich eigentlich nicht treffen sollte, trifft er mich. Wenn ich wegrolle, dann ist die, das schaffe ich die gar nicht. Weil die Distanz ist einfach zu lang. Shit, ey. Ist das ein nerviger Endgegner, ne? Uuuh. Ey. Nee. Das ist jetzt ohne Witz kein Endgegner, oder? Das ist jetzt, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass wir den jetzt versiegen müssen. Oh, ne Witz. Das blöde ist jetzt, oh nein. Oh, ich wollte gerade sagen, der sprintet mich an jetzt. Nein. Ich hatte das falsche Bein anvisiert. Ah. Ah. Ah, fuck. Ah, gut. Aber jetzt. Jetzt schaffen wir es. Fuck. Oh. Oh, jetzt habe ich einmal meinen Pattern verkackt. Und jetzt, okay. Nein, nein, nein. Ich komme hier vollkommen durcheinander gerade. Shit, ey. Oh, Mann. So, jetzt sind wir wieder drin. Moment. Ich kann jetzt erstmal nicht weiterlesen, ey. Ohne Witz, wenn ich dann abkacke. Never. Das kenne ich noch. Das kenne ich noch aus Dark Souls. Ohne, ernsthaft. Eine Frau wurde gebannt. Oder ein Mann wurde gebannt auf Twitch, weil seine Frau unabsichtlich auf Twitch hinter ihm nackt vorbeigelaufen ist. Stirb. Ja, Gott sei Dank. Meine Güte. Ohne Witz. Ja. Wir haben ihn. Applaus, Applaus Shit, 7000 XP Wut ist ein Geschenk What? Moment, ich hab grad einen Erfolg bekommen, den muss ich mir mal durchlesen Was ist da für eine Beschreibung Easy, jo, eigentlich ganz easy Wut ist ein Geschenk Die Bestie besiegt Okay, aber ich denk mal, das soll ich schon ironisch drauf hinweisen oder sarkastisch auf das, was wir grad hier durchlebt haben Das ist ein Geschenk